Schauen wir mal drauf, ich kann es nicht immer umwanderen, ich weiß nicht die Stärkste, die ich habe, 26, 38, das ist jetzt schwer. Hier war es mit 61, das ist 74. Ich halte das mal im Hinterkopf. Also hier, Plate Mail, Card Plate, das alles verwenden kann. Dashi, da haben wir keine Gretra, dann O-Schwert, Sergama, Schwert, Hammer, Tashi, nicht Odashi, Riesen, Osafuna, Tashi, Erde, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ernsthaft, kriege ich erst wirklich wieder im letzten Level eines der ultimativen Klingen. Range to Defense Spirits. Use a defense based on your spirit attribute. Das ist 11 noch nicht gut. Aber wir behalten es mal. Äh, wir behalten es nicht, habe ich vergessen, weil... Ernsthaft, man findet in dem ganzen Spiel... Use, 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 alle beide. So, wo habe ich den Kies jetzt? Hier. Elixier wieder. Rein, passt. Ähm, okay, dann haben wir eigentlich die erste Hauptmission auch fertig. Wieso wollen du Sender? Yes, ich möchte fertig werden mit der Mission. Dankeschön. Halli, Halli, Halli. Ja, wir sehen uns, also wie mein Schusschrusschrusschrusschrusschrusschrusschrusschrusschrusschrusschrussch Ah, tämä spiritchilde mich zu Amritte. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. 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 Ich denke, es ist Zeit, um weiter zu gehen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass ich diese Lai-Kiri habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte, so eine andere Waffe kann ich nehmen. Nein, ich muss diese beschissen. Ich hasse das Schwert. Es ist so eine... Ja, hau's rein einfach. Gibt sonst nichts. So. Wee. Spielkostumization. Wirklich draufdrücken. Sag einmal. So möchte das. Ja, bring mir einfach die Gegner her, okay. Oh nein, das war so schwer, diese Mission. Ich hasse es. Warum geben wir es mir ein Schwert, bitte? Kann ich bitte meine Waffe als Holzversion kriegen, als Otashi zum Beispiel? Ich habe genau so viele Fähigkeiten. Ich meine wirklich, was soll der Scheiß? Das regt mich auf. Okay, ist der Omyo schwerer. Er kriegt nicht nur eine, du kriegst eine ganze Horde als Gegner. Ja, komm. Item, Yang Samurai. 2,000 auf. Siegut. Skills. Otashi. Balance. Charge. Knocked her off. Novist. So, Ant. Dodge. Not. Bahn. Ich hab auf. Deutschen. Nein. Cit som ist收snографisch. Monsieur. Ich hab auf. Ich hab auf. Ich hab auf. usu berühtor. Ich hab auf. Untertitelung des ZDF, 2020 da hätte ich jetzt noch gerne das Ding, gib mir das, hätte ich gerne, also schauen wir uns das kurz mal an, Twinmoons, ja, Sumbraisman, geht in die Midstands über, passt, Brandberg bleibt da, Spade to Gate Flow, Imperative Strike, Pasta, Sansa Breeze, ach so, das sind beide High, und mit, da gehe ich zu Heaven über, da gehe ich zur Mitte über, da gehe ich bei beiden über, bin auf die ganze Rauf, das geht zur Mitte, Autumn Ritter, was sitzen da, Skill Costumization, Learning Skills, wow, das finde ich erst jetzt heraus, oh mein Gott, nur, das scheiß Fisch, das ich am meisten im Spiel hasse, bei was wäre es ein paar Mal so auf das Gesicht geboxt worden, Kino Emma, Onryoki, 100 Imps, pch, würde ich am liebsten eine Schrotflente bekommen, für das Spiel, nur für die Viecher, Sentry, ja, verdammt stark, Unibi, Uwella, Skeleton Warrior, Nuwe, Guardian Spirits, Amla Saurisa, Raiken, Oseoushi, Julian, Marouna Goshi, Tomei, ach ja, ich habe gesagt, wir wollen was anderes machen, was mache ich hier drin gerade, Ich hätte ich gerne, ich hätte rein vorher, Level Up, Magic, Ach, 1000, da, 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 da haben wir noch was, oder? Wir haben doch irgendwo noch ein paar Sachen zum hergeben, Offering, weg, 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 so, machen wir es ganz schnell. Ach, warte, boah, alles weg, alles weg, alles weg, alles weg, alles weg, oder? Ich ziehe die Stecker, dass ich da gerade mit 80g hab, nein, gut, ist auch alles weg, tschüß, ja, Gut, das soll man als recht sein. Level Up, 2 Level holen. Magic weiter, ja danke, gerne. Ok, als nächstes haben wir gesagt. Dojo, Way of the Omnionovice. Also das ist nämlich nicht so leicht, da muss man nicht gegen den ganzen Horde ge- Warte, ich glaube. Ja, da kriegst du gleich ein Gegner am Anfang vorgesetzt. Oder? Ja, da sieht man den Unterschied. Zwei kleine Gegner, das ist ein Sentry. Lernskills. Ja, ich habe angeblich noch keine. Nur die 5. So, was haben wir da? Sonst noch irgendwas? Bitte. Nein. Ok. Key, Eat and Drop Raids, Goldearns. Das sind jetzt ganz wenige, da sind jetzt ganz, ganz viele da. Und die Jutsu. Das und das. Dann machen wir das. Das. Ne, drehen wir es genau um. Jetzt sagen wir, du bis oben und du unten. So, jetzt geht's mit dem Hund vor. Komm. Und. Ja, ich bin overpowered ein bisschen. Cut. Boom. Hat auf einmal gemacht, dann war's Fisch weg. Ja, ich möchte weiter machen, vielen Dank. Für die Blumen. Für die Blumen. Gut, wir haben die erste, letzte Story Mission von dem Bereich hinter. Nächste Folge wird's dann eine kompletten, einfach nur die ganzen Nebenmissionen geben. Von dem Gebiet noch? Ja. Ja. Ich gebe mir die Haare doch einmal. Da kann ich noch ein bisschen aufbessern, ein bisschen was. Beziehungsweise das hier. Ich habe elf Punkte schon, oder? Die Wald viel. Ähm. Lifesteal. Nee. Fireshot. Fireshot. Shadow Rounds. Sorry, Soul Percenticity. Rockwave. Protektion. Braucht man gerade nicht. Retouration auf alle Fälle. Jetzt haben wir hier. Carnage. Hell yes. Das brauchen wir nicht. Extraction. Das wäre vielleicht ganz okay. Das kostet zwei Punkte noch. Hier. Weapon bei zwei. Flying Sword. Ganz praktisches Flying Sword. Und jetzt für was anderes. Das. M. So oder so, das jetzt. Shadow Rounds. Das kostet hier also eins. 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 Zwei Punkte brauche ich noch drinnen. Charakter Directionary. Also Edward Kelly. Dann war Hoku. Wana Murashige. Tashikwana Ginchio. Kambai. Koro Nagamasa. Okatsu. Hattori. Julian wieder. Es kommen noch mal einige dazu. Ähm. Was soll ich noch machen? Komplex muss ich mal kurz reinschauen. Ich muss was machen. Servus. Äh. Das hast du am Anfang. Ich mein. Ich hab schon so viele Level Up Spee reingekaut. Dass ich gar nicht mehr wusste wie viel sie original. Welches Outfit das Original anhat. Ähm. Brust. Tal. Oh. Das ist Skill. Unusual Armor. Yes. Und. Schaut schon mal was aus. Ähm. Dann wollte ich. Warte mal. Wie viel braucht das? Warte mal. Wie viel braucht das? Der Brust Tal. Und. 6 in. 8 in Skill. Wie viel hab ich gerade? 5 oder. 5 oder. 2 Level Up's. Die krieg ich jetzt eh noch schnell zusammen. Bitte jetzt mal Horror. Hm. 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 Ach. Da ist Secret Salt. Ja. Dann kann ich die Typen wieder zurückschicken. Unlimited Omio. Hm. Hm. Find Magic. Live. Hoffnung gegen Wind. Gegen Yoka Realm. Ja. Geh. Ich bin Vorreiter. Aber es geht. Verkaufen. Weg. Weg. Verkaufen. Kurz noch. Verkaufen. Weg. Weg. 5 davon. Ja. Passt. Ich möchte was von dir. Ich möchte. Ähm. Item Shortcut. Set Leveled. Ja. Das krieg ich jetzt gleich noch nicht. Oder? Equipment. Passt. Die ersten Shortcuts haben wir freigeschaltet. Leute. Das heißt. Anders sein. Ne. Ne. Das waren die ganzen gegen die Leute. Beide. Das sind meine eigenen Health und Recovery Items. Und das hier waren dann eigentlich. Ja. Da fällt sogar hier. Der Guardian Spirit muss auch weg. Der da hier eigentlich. Guardian Spirit. Der gehört ganz vorne hin. Bei 13 bis 16. Das sind dann eigentlich meine Privat Buffs erst. Frag mich, ob ich mich jetzt nochmal alles ausgibt und nochmal so eine kaufen kann. Also nochmal so ein Update. Und. Drei noch einmal. Und dann gehen wir auch. Drei davon. Und. Na schade. Oder? Da geht's auch was verkauft. Warhouse. Was? 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 Ich muss da sagen. Nein. Schade. So. Desassemble. Ja. Da hast du. Geht's fort. Geht's fort. Gut dann haben wir das alles gemacht. Geht's fort. Ja schön. Ja. Also wie schon mal vorher gesagt. Vor Ewigkeiten eigentlich jetzt schon in die nächste Region gehen. Das Request von ihr. Finders Keepers. Geht's fort. Ja. Dann sag ich einfach einmal wieder einmal danke fürs Zusehen. Wir haben die Hauptmission in dem Bereich abgeschlossen. Und im nächsten Teil haben wir wie gesagt machen wir die Nebenquests alle. Und. Ja. Danke im nächsten. Im nächsten Bereich. Also danke nochmal fürs Zusehen. Und schönen Abend noch. Oder schönen Morgen. Mahlzeit. Ist wurscht wann's euch mal anschaut. Fügt's einfach schönen und dann die Tageszeit ein. Ciao.